Servus meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die letzte Aufnahme ist mir leider wieder abgekackt meine Damen und Herren und deswegen sind jetzt zwei Aufträge, naja. Der eine Auftrag, was ich gleich sehen werde, der ist abgeschlossen. Ja, der ist abgeschlossen, leider. Also, das ist, hm? Das da, da war da mal was und den habe ich abgeschlossen, weil die Aufnahme nicht aufgenommen hat. Dann da da hat sich vorher was getan, da sind die Spitzen da abgetragen worden, dass da was rauskommt. So. Okay, wie viel habe ich? So verfugt. Okay, keine Ahnung, jetzt waren das leider. Ich habe keine Angst, dass ich die immer nachfahre. So, du bist fast fertig. Du brauchst ein Holz. Oha, schaut da gut aus. Oh, für was brauche ich denn ein Kleiderschrank? Und doch, fertig. Ja, okay, dafür hat er die Farbe gebraucht. Produkttesting. Das ist sicher die Tesla-Firma, was der Elon Musk da aufbaut hat. Sicher. Safe. Warte mal. Ist da noch eine neue? Nein, das gibt es nicht. Oh nein, wir werden checken. Wie viel Holz haben wir? Oh mein Gott, eine Stunde. Okay, das heißt, wir brauchen 37 KW, das heißt, wir müssen. Und jetzt bist du auf die Gleise. Okay, dann müssen wir so machen. So. So. Den hat keiner immer nicht erledigen. Ich habe nicht immer. Kein Fahrzeug, leider. Oh ja. Man kann ja nichts machen, ne? Öl haben wir genug, da müssen wir dann schauen. Ja. Und tschüss, meine Damen und Herren. Und dann Vielen Dank.